Bisschen merkwürdig, dass das Spiel hier verlangt, Geld auszugeben für. Eigentlich muss es auch Alternative geben. Dass man damit auf andere Wege rankommt. Okay, ich hoffe, dass ich lange nicht mehr gesehen habe. Ich freue mich, sie wieder zu sehen. Erstmal habe ich gerade gesagt. Ich hatte gehofft, sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von Wildern im Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind. Hören Sie, es ist so viel passiert, während sie weg waren. Eldridge Diggory's Porträt im Gemeinschaftsraum erzählte von seiner Großnichte Helen. Seine Großnichte? Ja, sie war mal Aurorin und sie hat mich nach Azkaban zu Anne Thisby gebracht. Sie waren in Azkaban? Ja, das war schon was. Aber Anne kannte Richard Jackdaw vor seinem Tod. Also musste ich seinen Geist finden. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaw Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja. Und weil Jackdaw der Karte bereits gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob sie es glauben oder nicht. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Seit ich die ersten Bilder im Trailer von Professor Fick gesehen habe. Schöner Umgang. Ähm. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham. Ich freue mich darauf hinzu. Seit ich den das erste Mal gesehen habe in dem Trailer. Wie ist dieser Jackdaw an ihr Seiten auch hier hochgekommen? Wie ist dieser Jackdaw an ihr Seiten auch hier hochgekommen? So ein typisches... Der Bösewicht war die ganze Zeit bei dir. Und wir die ganze Zeit hier mit ihm... Dass der nur liebt tut. Und wir die ganze Zeit eigentlich... den Hauptgegner mit uns rumklappen. Und das... war die ganze Zeit hier unten? Das Professor Fick eigentlich am Ende sich entpuppt und dann... er steckt in den ganzen Koboldaufständen und er ist die ganze Zeit... er... er hat uns nur benutzt, um irgendwie das... an sein Ziel zu kommen und so. Dieser Handlungsstrang. Weil er ist viel zu freundlich. Ich meine, hier sind alle viel zu freundlich in Hogwarts. Das ist alles... Selbst der Zaubertrank. Sieht viel versprechend aus. Der Zaubertrank. Lehrer. Der ist... eigentlich eher als der... strenge und fiese Lehrer gehört. Das ist auch noch... nett. Manche sind einfach zu gut für die Welt. Und diese Kräuterkunde... haben wir erst unsere Kräuterkunde. Und hier... der verbotene Wald. Und... natürlich... Hogwarts. Wie... beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest. Wenn du das nur sehen könntest. Wenn du das nur sehen könntest. das nur sehen könntest. Das ist doch... das ist doch... das ist doch... das ist doch... Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariums-Erinnerung aus meinem Gringottsgewölbe? Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts? Das Gewölbe? Die verbotene Abteilung? Die Suche nach dem Raum? Das alles war keine Prüfung? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, Angeborene und Erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fick. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Für wahr schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fick? Tue ich. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Vertrauen Sie nicht. Professor Fick darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich habe noch... Ich habe so ein... Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Ich habe ein heftiges... Der gute... Das ist so eine typische Rhythm-Defaux-Rolle. Da habe ich das Gefühl. Der gute Onkel, der ihm die ganze Zeit... Der ihm die ganze Zeit nur Schutzdienst dabei ist. Und dann irgendwann... Wenn es dann Heike wird, wenn wir kurz vor dem Finale stehen, dann... Auf Wundbarter sei ein ganzes Übel. Das ist ja der Maulwurf. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Ich hoffe, ich liege... Ich hoffe, ich bin falsch. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Ich liege falsch. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Aha. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig. Und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Ich werde fliegen. Wir haben natürlich ein bisschen Angst jetzt vor dem Fliegen. In der W15. Aber das wird schon... Es wirkt Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Ja, das mit den Aufgaben erledigen, das will ich erst mal aufschieben. Nicht aufheben, sondern aufschieben. Aufgeschoben. Auch Rom ist nicht aufgeschoben. Ich habe ja sowas... Trink dir besorgen. Maxima Trank, den haben wir schon besorgt. Und den Idurus-Tranken haben wir eigentlich auch. War es nicht, dass wir es so besorgen sollten? Den Fokus-Tranken brauchen wir jetzt noch. Okay, Idurus und Maxima haben wir beide. Teste die Zeit gleich, wie wir das anstellen sollen. Idurus wahrscheinlich, und danach machst du Idurus, geht ja eine Weile. Das müssen wir gleichzeitig annehmen. Fokus-Tranken können wir vielleicht selber bauen. In der Komplettlösung stand etwas davon, dass wir das im Unterricht schon drangenommen haben. Das war, glaube ich, der Trank, den wir bei dem Tranklehrer schon gemacht haben. Da muss ich mal nachgucken. Wo war denn der Zaubertrank-Unterricht? Nicht einmal... ...diesen Geist. ...mehrling... ...ok... ...ok... ... 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 Zaubertränke Unterrichtsraum Zaubertränke Vielleicht finden wir hier tatsächlich etwas. Hübsche Haarfarbe Das Schloss können wir nicht ernten Dacht ich es mir, zu kaufen bei JPBins Zaubertränke Wir müssen also nur noch den Fokustank kaufen Der hat glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere 800 war es zusammen 300 vielleicht Wir kommen sowieso nach Hogsmeade oder? Können wir da mal Wir müssen eh für den Hauptauftrag nach Hogsmeade Können wir noch 2 Fliegen mit einer Knappe schlagen Was ist das für den Hauptauftrag nach Hogsmeade? Sonst können wir dann bestimmt auch weiter Richtung Turm, Richtung Erste Prüfung. Ich würde auch Smith gerne mal im Winter sehen. Der Küppchen hatte das. Jay Küppchen. Der Funk ist dran, das hat 500. Das haben wir ja fast schon. Jetzt finden wir irgendwo noch ein paar Münzen. 20 Münzen ungefähr, dann haben wir es schon. Bei dieben habe ich keine Nachsicht. Geben sie sie zurück. Haha. Bei der verlassen Hütte waren wir noch nicht. Hier noch irgendwo geht rum. Oh, sehr schön. Das müsste eigentlich schon reichen. So. Wo sind wir dann? Das war doch irgendwo hier. Wo hat der Küppchen sein Trink geladen? Noch mehr geht's. Noch mehr geht's. Bin hier ein Badge. Das war doch der Besenladen, oder nicht? Das war doch der Besenladen, oder nicht? Ich fahr mal lieber bis zum Tag. Ich fahr mal lieber bis zum Tag. Am Tag läuft es sich auch besser zum Turm. Am Tag läuft es sich auch besser zum Turm. Und drüben müssen wir noch nicht. Nach links. Oh noch nicht. Pippchen. Pippchen. Genau hier. Ich hab Geld. Hallo. Sie sind also auf der Suche nach Trinken, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ne, ein Fokustank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Du bist doch eigentlich jetzt etwas von dem Auftrag. Schaff und teste einen Fokustank. Schaff. Aha. Wir haben einen Kampf natürlich sehr gut gebrauchen können. Maximal und Edorus gleichzeitig. Edorus. Die ist Maximal. Wunderbar. Zaubertrinko und durch zum Tag besuchen. Okay, dann machen wir noch mal einen Weg nach Hobots. Nehmen wir das noch mit. Jetzt. Na ja. Na ja. Zauberspruch kann nicht schaden. Bei unserer ersten Prüfung. Das ist doch nicht einschüchternd. Das ist doch nicht einschüchternd. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt die Pulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Wie großartig. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, dann nicht indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den Verzauber. Nein. Okay. Wie gut. Wie oft. Wie. 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 Wir. Wie. Wie. Entweder. Es. Wie. Wie. brauchen. Der böse Adas das Gegenstück zu Akio, das was ich schon vorhin erwähnt habe. Das können wir durchgebrochen. Prüfung. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wo wir hin können, um zur ersten Prüfung zu gehen. Pflanzen und Ernte, Flussgras. Ich schaffe alle direkt am Fritzen. Und hier haben wir auch schon das nächste. Ballons über den Bahnhof Noxmeet platzen. Dann haben wir was für den nächsten Stream zu tun. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Da hinten. Okay, das ist ein weiter Weg noch nach Augustneet. Der nötigste Punkt, an dem wir reisen können, ist hier. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wann wir den... Wirkt wie ein nettes kleines Erdchen. ... man nicht gut greift bekommt. Oh, das Badolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Okay. Das Badolf hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Fliegen, aber... ... das ist ja die schnellste Ort sich vorzubewegen. Um zum Rapunzel-Turm zu kommen. Dann müssen wir die ganze Landschaft... ... die Landschaft jetzt geben. Ah, ja. Da sind wir. Wer sonst? Woher wissen die von dem Turm? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's! Woher wissen sie von dem Turm? Woher wissen sie davon? Die Hemmnis wurde umrangend. Boah. Nicht das Schlimmste, was ich gesehen habe. Das stimmt wohl, hier entlang. Und? Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Okay, die müssen nur Rad machen. Wir sollten uns lieben. Können sie nochmal kippen. Und lass uns nicht auffliegen. Ich habe den Desillusionungszauber drauf. Wenn du einen Gegner unbekannt erreichst, kannst du Petrificus Totalus wirken. Nein, kann ich nicht. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während Stecker erheblich Schaden nehmen. Ich habe den Spruch habe ich noch nicht gelernt. Kann ich den Spruch schon? nicht amaransten. Definno. Restumentum. Altymalie. Konfringo, Espeyamos, Bombardier, Descendo, Flipendo. Nö Patrifikus totalus Ah, mit F Die können wir aber nur zu hinten anschleichen Wir müssen jetzt auch nicht probieren Versuchen wir uns aufmachen Tegel 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 T ошиб Sie geht und den dürfen wir jetzt auch haben was du hier findest könnte dir der schlüssel dafür sein dass die kobolde enttieren rechtmäßigen platz in der welt einnehmen mein werk aha so du wirst blöden du wirst leid da ich komme mich alle gegen ein das ist aber unfair Wir sollten hier nicht so lange bellen. Wir sollten hier Wasser schwimmen. Das dürfte der Eingang sein. Verschlossen. Aufholen. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Musik 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 Musik